Wir befinden uns im Bewusstsein, dem Zentrum und Sammelpunkt aller Gedanken. Ich sah mich nun etwas genauer um und war beeindruckt. Was für ein schöner Ort. Soweit ich blicken konnte, dehnte er sich aus, sodass ich gerade so seinen enormen Umfang erahnen konnte. Das weiße Licht verlieh ihm eine sterile Wärme, der man sich nicht entziehen konnte. Ich fühlte mich geborgen, zugleich aber auch unbedeutend und klein. Ich versuchte, die Hand des alten Gedankens loszulassen, doch er ließ nicht locker und drückte sogar noch etwas fest dazu. Es ist besser, wenn wir uns festhalten, erklärte er. Der Wind hier drin kann ziemlich stark werden. Wenn er dich erwischt und davonbläst, war's das mit dir. Und das wäre sehr schade, denn du bist, so wie es aussieht, gerade erst entstanden. Von seinen Ausführungen verwirrt sah ich mich weiter um. Mein Blick blieb an dem Loch in der Kuppel hängen. Ich stutzte. Ich stutzte.